Die Bodenseeklinik Prof. Dr. Werner Mang. Schönheitschirurgie, Top-Qualität zu vernünftigen Preisen. Beratung Praxis München, Maximilianstraße. www.bodenseeklinik.de Wir sind auf der Wiesn. Halleluja. Das stimmt. Wir sind hier auf der Wiesn. Sag mal Sascha, was ist denn das Allerschönste an der Wiesn? Momentan meine Frau und du. Ja, Dankeschön. Sag mal, du bist ja auch der Kapitän vom Traumschiff. War ich. Was mich da mal interessiert, was ist denn eigentlich schöner? Kapitän auf einem Schiff oder das Schaukeln da draußen in einer Schiffschaukel? Ich würde sagen, momentan ist das Schaukeln auf einer Schiffschaukel viel schöner. Was macht denn am meisten Spaß draußen bei den Karussellen oder den Fahrgeschäften? Wir waren früher immer am Teufelsrad. Und was für da gut? Da war ich ganz gut drin, weil ich kannte den, der auf die Bremsen gegangen ist. Der die Bremsen druckt hat. So, jetzt geht es hier los. Es wird dunkel. Super Stimmung. Was ist für dich die beste Wiesn-Stimmung? Kannst du nicht sagen, ich war 15 Jahre nicht mehr auf der Wiesn. Es ist das erste Mal. Es hat gut begonnen, weil mit meinem Smart habe ich einen Parkplatz direkt vor der Tür. Das ist Luxus. Das war Luxus. Und hier ist Schnitzel war sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, wir schauen mal, wie es weitergeht.